Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze heute in einem ziemlich braun-beigen Auto und auch von außen. Ich würde mal sagen, also für mich ist die Farbe Schweinchen-Rosa, soll aber beige sein. Es ist der Aura Funky Cat oder muss ich sagen, die Aura Funky Cat. Das Auto ist ja aus China und kommt vom chinesischen Hersteller GWM. Ja, was ist GWM? Great Wall Motors, also die Motoren der großen Mauer auf Deutsch übersetzt. Ist ein Riesenautohersteller in China, quasi vergleichbar mit VW bei uns. Und bringt jetzt halt hier mit dem Aura Funky Cat den ersten Kompaktwagen hier nach Europa. Und tritt total selbstbewusst auf. Ich meine, der Preis ist jetzt nicht Billigware, denn dieser Aura Funky Cat hier beginnt in der 300er Version bei rund 39.000 Euro. Und ich sitze hier in der Version 400 Pro Plus. Also nochmal ein Plus zum Pro. Und das ist sozusagen das Höchste der Gefühle, was es hier gibt. Kostet rund 47.950 Euro. Abzüglich Förderung natürlich noch. Aber das sind keine Billigpreise. Der Wagen bietet aber auch, ja, im Prinzip eine Vollausstattung. Also alles, was man sich wünschen kann, ist hier drin. Und auch optisch und von den Materialien. Ja, ich würde sagen, da kann sich der ein oder andere Hersteller hierzulande doch vielleicht mal was abgucken. Auch von der Tatsache, wie mutig die hier sind mit den Farben und auch mit der ganzen Designsprache. Das schauen wir uns heute natürlich alles mal an. Natürlich auch den Verbrauch auf meiner Reichweitenstrecke Bremen, Bremerhaven und zurück. Das sind ja die 130 Kilometer bei Tempo 130. Das wird ein sehr spannender Test heute. Wir haben mal wieder ein bisschen Schmuddelwetter. Es ist natürlich mal wieder auch noch Regen angesagt. Mal sehen, ob ich den noch mitnehme bei meiner Testfahrt gleich. Also wird sehr spannend. Deswegen unbedingt dranbleiben. Das erste Mal, als ich hier eingestiegen bin, da habe ich gesagt, wow. Also ganz ehrlich, man kommt hier rein und hat das Gefühl, man sitzt doch in einem sehr luxuriösen Auto. Zumindest von der Optik als erstes. Also die ganzen Materialien, die hier verbaut sind, es ist teilweise weich, teilweise hart. Plastik, wobei so richtig hart ist es hier auch nicht. Und es gibt hier so Lederimitationen vom Feinsten. Also teilweise so Wildlederimitationen mit abgesteppten Kreuzmuster oder Quadratmuster. Hier so beige Steppnähte, auch hier am Armaturenbrett. Das ist natürlich Kunststoff, aber es sieht so aus und fühlt sich so ein bisschen an wie Wildleder. Auch mit so einer beigen Steppung hier. Und in diesem Wildleder ist dann die Lüftung eingelassen. Das Lenkrad zweifarbig, wieder mit so einem braunen Leder und so einem beigen Leder. Das ist, glaube ich, ob das jetzt echtes Leder ist. Ich kann das euch nicht sagen. Aber auch die Sitze aus dem Material, Kunstleder, sind perforiert und so, so Nappa-Optik. Also Leute, das sieht alles extrem gut aus. Und diese Farbgebung hier im Inneren ist abgestimmt auf die Farbgebung im Äußeren. Hier haben wir wieder eine Mittelkonsole, die ist aber doch sehr reduziert. Wir haben hier sehr viel Luftraum. Das ist aber alles Hartplastik. Zwei USB-Anschlüsse, allerdings USB 2. Hallo, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Dann haben wir hier den Gangwahlhebel. Das ist so ein Drehknopf, Parkbremse, induktive Ladeschale, noch so eine kleine Ablage und eine Mittelarmlehne, die man aufklappen kann. Da ist auch noch ein Fach drin. Die Gute sind so ein bisschen in dieser Wagenfarbe, also dieses Beige. Allerdings kann man die nicht in der Höhe verstellen. Das ist ein bisschen schade. Für große Leute möglicherweise ein Minuspunkt. Wir haben hier Todwinkelwarner, aktiver Spurhalterassistent, adaptiver Tempomat, Querverkehrswarner, Kollisionsverhinderer, Aufmerksamkeitsassistent. Wir haben hier belüftete und beheizte Sitze. Also wirklich in der Klasse, wo findet man das? Wir haben ja ein Panoramaschiebedach. Also alles, was man sich nur wünschen kann, ist hier drin. Es ist wirklich der Wahnsinn und der einzige Haken bei der Sache ist bei diesem Elektroauto die Ladeleistung. Ja, Ladeleistung, da sind die Chinesen immer irgendwie geizig. Alles packen sie hier rein, aber bei der Ladeleistung, da knapsen sie rum. Das ist ja schon beim BYD Atto 3 so gewesen. Das ist bei diversen MGs so, außer dem MG4 natürlich. Und das ist auch hier leider bei der Aura-Cat so. Wir haben hier einen 63 Kilowattstunden Akku brutto. Netto sind nutzbar so rund 59 Kilowattstunden. Und die Ladeleistung an DC, am Schnelllader, die ist hier nur 67 kW. Ja, also das ist doch echt verdammt mickrig. Und ich hoffe, dass sie da noch mal ein bisschen Gas geben in Zukunft mit irgendwelchen Software-Updates. Denn natürlich kann die Aura-Cat auch Software-Updates over the air. Stichwort Software. Wer schon mal im BYD Atto 3 gesessen hat oder im Smart wie ich letzten Smart Hashtag One, dem wird hier einiges bekannt vorkommen. Also BYD würde ich zum Beispiel sagen, das gesamte Tachodisplay, das erinnert sehr, sehr stark an BYD. Allein schon diese Hintergrundgrafik, die Farbgebung, die winzige Schrift leider wieder. Also die beiden Displays sind zwar schön und knackscharf, aber dadurch, dass sie nicht so groß sind, ist die Schrift doch auch sehr, sehr klein. Auch vom User-Interface her, sodass ich hier ohne Lesebrille teilweise die Angaben auch wieder mal nicht entziffern kann. Das ist wirklich schade. Auch die Sprachausgabe, abgesehen von der Stimme, ist die gleiche wie im Smart. Aber auch die Fehler, die die Sprachausgabe macht, sind die gleichen wie im Smart. Auch die gesamte Ladeplanung ist ähnlich wie im Smart. Auch die Informationen über die Ladestationen sind so gut wie nicht vorhanden, außer der Anbieter und eventuell Telefonnummer. Aber eine rudimentäre Ladeplanung gibt es und auf jeden Fall werden einem die Stationen auf der Karte bei Bedarf, auf Wunsch, auch natürlich angezeigt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was die Ladeplanung so kann im Navi, beziehungsweise was sie alles nicht kann. Dazu navigiere ich mal irgendwo hin, wo der Akku auf jeden Fall nicht reicht. Hallo Ora. Was ist los? Was ist los? Navigiere nach Berlin. Berlin, Deutschland. Richtig? Ja. Okay, Berlin, Deutschland. So, jetzt nehme ich mal die nördliche Route über Hamburg und sage hier Ladestationen suchen. So, da hat er jetzt zwei, nämlich einmal E.ON nach 171 Kilometer und nochmal E.ON nach 378 Kilometer. Hier sehen wir die Ladesäulen, da kann ich drauf tippen. Jetzt steht hier E.ON. Ja, weder steht da, wie viel Prozent ich ankomme, noch wie lange ich da laden muss, noch sonst irgendwas. Geschweige denn, habe ich Filterfunktionen, wo ich E.ON irgendwie ausschließen kann zum Beispiel, weil bei E.ON, ihr kennt ja E.OFF, da lädt man nicht so gerne. Ist alles hier nicht drin, aber immerhin irgendeine rudimentäre Ladeplanung ist vorhanden und ich kann mir auch entlang der Route hier dann quasi meine Ladestation anzeigen lassen. Also, wenn ich hier auf Ladestation drücke, dann kann ich hier wirklich entlang der gesamten Route hier alle die Ladestation anzeigen lassen, muss sie dann aber von Hand raussuchen und möglicherweise manuell in die Route einplanen. Ja, Reichweite wird angegeben laut WLTP von 420 Kilometer, so 16,5 Kilowattstunden im Durchschnitt. Leider ist es mir hier nicht gelungen, irgendwoher eine wirkliche Verbrauchsanzeige zu bekommen und manchmal reagiert das Display nicht flüssig genug. Wir haben hier zwar so eine Energieflussanzeige, da sehe ich, dass ich jetzt 93 Prozent im Akku habe und noch 360 Kilometer Reichweite. Hier steht auch ein Verbrauch, 17,2 Kilowattstunden und den Text da drunter kann ich wieder mal nicht lesen. AEC Durchschnittsenergieverbrauch, was immer AEC ist. Diese Abkürzung kenne ich jetzt nicht, vielleicht wisst ihr das, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall 17,2 Stunden Durchschnittsverbrauch, das kann ich aber nirgendwo resetten. Ich kann auch hier auf der Trip-Anzeige, habe ich natürlich die gefahrene Strecke, die gefahrene Zeit, aber keinen Durchschnittsverbrauch. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob es wirklich an dieser Softwareversion liegt oder ob ihr auch schon verzweifelt seid, so wie ich. Ja, der Kofferraum, der Kofferraum ist ein bisschen das Sorgenkind des AuraCat. Der Kofferraum ist nämlich nur 228 Liter groß. Das ist echt nicht viel. Umgeklappt sind es dann 858. Und jetzt ist die Frage, die große Frage, geht da ein Hund rein? Also um Grundfläche ja, aber dadurch, dass das Heck hier so schräg abfällt, weiß ich nicht, wie das mit der Kopffreiheit wird. Das probieren wir jetzt mal aus. Eila, komm mal her. Na, musst du jetzt mal rein. So, reingehievt haben wir sie. Die gute Meiler. Na, gucken wir mal, ob die Kofferraumklappe zugeht. Achtung, Kopf weg. Uh, ah. Also, da passt gerade der Kopf rein. So richtig doll ist das nicht. Da sieht sie ja aus wie eingequetscht. Also lange Strecken null. Das geht gar nicht. Also vielleicht noch mal kurz zum Gassi gehen irgendwo hin. Fünf Minuten Autofahrt, aber länger nicht. Meiler. Das sieht übel aus, ne? Hänger geht's nicht, oder? So, dann befreien wir dich mal schnell wieder. Ja, das war eng, ne? Und Klappe zu. Okay. So. Ja, dann sind wir ja im Prinzip startklar. Wir haben wie gesagt 93 Prozent, 360 Kilometer Reichweite. Jetzt würde ich sagen, geht's mal los auf die Reichweitenstrecke. Ich bin gespannt und pünktlich hat es jetzt natürlich auch angefangen zu nieseln. Ja, 11 Meter, zwei Wendekreis. 360 Grad Kamera hier. Wirklich die Ausstattung vom Feinsten. Und durch diesen kleinen Wendekreis ist der Wagen natürlich sehr, sehr agil in der Stadt zu bewegen. Das macht richtig Spaß. Ein bisschen Fahrgeräusch haben wir vom Abbas-System. Und auch wenn ich blinke, dann blendet sich hier die 360-Grad-Kamera ein. Es ist so ein bisschen so wie im MG4 auch. Das heißt, hier sehe ich dann, ob ich irgendwo einen Pfeiler oder einen Bordstein im Weg habe. Super. Das hätte ich mal gebrauchen können, als ich letztens meine Felge vom Model Y am Bordstein ein wenig verschönert habe. Ja, Reifengeräusche sind ein bisschen laut, sind aber noch Sommerreifen drauf hier. Das hört man jetzt auf diesem Belag. Auch die Gulli-Deckel sind deutlich zu hören. Jo, er ist auch nicht so wahnsinnig komfortabel gefedert. Eher so ein bisschen sportlicher. Aber das passt irgendwie zu diesem Wagen, finde ich. Und wir fahren natürlich im Normal-Modus. Gibt auch noch Eco und Sport. Rekuperation kann man auch einstellen, aber nicht über Pedals, sondern das muss man dann im Menü machen. Das habe ich jetzt mal auf One-Pedal-Driving eingestellt. Oder Ein-Pedal-Fahren, wie es übersetzt wurde. Da werde ich jetzt mal bremsen. Hier, hinter mir ist keine. Achtung. Ja, er verzögert und kommt bis zum Stillstand. Jawohl, das funktioniert. Ja, also ist wirklich auffällig. Der Wagen ist doch relativ straff ausgelegt hier vom Fahrwerk. Das merke ich auf dieser blöden, hubbeligen Strecke hier echt wirklich deutlich. Uppsala! Jo, bei nasser Straße, so wie heute, da kommt der Frontantrieb überhaupt nicht zurecht. Ich meine, wir haben hier 126 kW, 171 PS Leistung. Das beschleunigt ihn auf trockener Fahrbahn zumindest, in 8,2 Sekunden auf Tempo 100. Aber jetzt heute, wo es so nass ist, da drehen die Räder wirklich durch, sobald man auch nur das Gaspedal ein bisschen kitzelt. Ich bin hier im Normal-Modus, nicht mal Sport. Also das ist halt der Nachteil dieses Frontantriebs. Da kommt die Traktion einfach nicht auf die Straße. Das können wir gleich nochmal austesten. Weil hier ist schon wieder die nächste rote Ampel. Ja, er geht wieder weg, sobald ich nur ein bisschen mehr Gas gebe. Aber gut, es reicht immer noch, um als erster wegzufahren hier von der Ampel. So, jetzt sind wir gleich auf der Autobahn. Wir haben es jetzt temperaturmäßig so 17 Grad. Und noch hat der Regen nicht wirklich eingesetzt, es nieselt nur ein bisschen. Aber soll ja noch ein bisschen doller werden, da bin ich mal gespannt. Musik Was mir von den ersten Metern schon auffällt, ist, dass der Wagen jetzt nicht besonders leise ist. Also wie gesagt, Reifengeräusche, aber auch Windgeräusche. Wir haben es auch ein bisschen windig heute. Wind kommt so schräg von vorne und an den Scheiben hier, da hört man das doch ganz schön pusten. Das fällt total auf, jetzt bei 120. Was auch ein bisschen blöd ist und mich stört, ist, dass der Blinker, wenn ich ihn betätige, nicht immer wieder zurückrastet. Also 50% der Fälle, zumindest geht es mir so, dass ich den Blinker dann wieder antippen muss. Er rastet ja eh nicht ein, sondern man drückt ihn einmal durch und dann geht er wieder an die normale Stellung und dann blinkt es halt. Und er hört nicht von alleine auf, wenn ich die Spur wechsle zum Beispiel. Manchmal macht er es, er hört auf und manchmal hört er nicht mehr auf und dann muss man ihn wieder antippen. Da habe ich jetzt noch kein System rausgefunden. Sprachsteuerung hat der AuraCat natürlich auch. Das Besondere dabei ist, man kann dem Wagen sogar einen Namen geben und dann hört die Sprachsteuerung auf diesen Namen oder diesen Begriff. Also normalerweise aktiviere ich die Sprachsteuerung mit Hello Aura. Da kann ich zum Beispiel sagen, Hello Herbert oder Günther oder Harald oder Oma oder Elisabeth. Oder wie bei der Enterprise, Hello Computer. Finde ich irgendwie cool. Auf jeden Fall kann man das hier konfigurieren. Das ist richtig klasse, habe ich so wohl noch bei keinem anderen Auto gesehen. Und typisch für asiatische Hersteller redet der Wagen halt sehr viel. Das kann man in ganz vielen Parametern immer abschalten. Auch diese ganze Aufmerksamkeitsgeschichte hier mit dieser Kamera hier vorne, die einen ständig beobachtet. Und sobald man irgendwie nicht auf die Straße guckt oder so, dann wird man da irgendwie drauf hingewiesen. Das kann man alles deaktivieren. Nachteil, das wird nicht gespeichert. Also man muss es, wenn man das nicht haben will, bei jeder Fahrt neu machen. Und das ist schon richtig nervig. Also da sollte man vielleicht nochmal nachbessern in der Software, dass das zumindest im Profil gespeichert wird. Aber wirklich, Assistenzsysteme, Spurhalterassistent, Tempomat, auch hier Todwinkelwarner funktionieren einwandfrei. Habe ich bis jetzt fast nichts zu meckern. Jetzt muss ich gerade das Lenkrad anfassen. Nee, wirklich. Und wenn er die Spur nicht mehr erkennt, weil die Linien verschwinden, also die braucht er zwingend, dann werde ich darauf hingewiesen mit einer Sprachmeldung. Und es wird auch was im Display eingeblendet. Diese Sprachmeldung heißt irgendwie Transversalerkennung deaktiviert oder so. Von der Wortwahl ein wenig nerdisch, würde ich mal sagen. Aber ich weiß, was gemeint ist. Also das funktioniert auch super. Es gibt halt auch Autos, die schalten einfach ab und sagen nichts. Also das war doch beim Volvo so, dass die Spurhaltung dann einfach so deaktiviert wurde. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, außer durch ein winziges Pling und eine winzige Meldung auf dem Display. Also das ist richtig gut. So, jetzt stellen wir den Tempomat mal auf 130. Wenn es denn geht. Ja, jetzt fahren wir 130, weil die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben ist. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass der Tempomat und der Spurhalterassistent nur bis 120 kmh geht. Das ist ja doch ein bisschen wenig. Ich habe das in der Einstellung gar nicht gefunden, dass man das irgendwie begrenzen kann. Möglicherweise ist das begrenzt und ich habe es nur nicht gesehen. Aber im Moment kann ich das während der Fahrt ja nicht umstellen. Also muss ich jetzt damit leben, dass ich hier bei 130 von Hand lenken und auch von Hand bremsen muss. Das ist natürlich scheiße. Macht das Ganze nicht so bequem. Ja, überhaupt ist ja auch die Höchstgeschwindigkeit hier limitiert auf 160 kmh. Auch schade. Aber da haben sie dann natürlich gesagt, ja, der Wagen verbraucht sonst zu viel und der Akku ist nicht so groß. Da lassen wir das mal lieber mit schneller fahren. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt fängt der Regen an. Juhu, was habe ich ihn vermisst? Aber ich muss sagen, bei Tempo 130 ist es hier wirklich ein bisschen laut in dem Auto. Also das kenne ich von anderen Elektroautos deutlich leiser. Da ist der Aura-Cat leider nicht so besonders gedämmt hier. Ja, zumindest die Reichweitenanzeige, die scheint doch relativ gut zu sein. Wir sind jetzt 32 km gefahren. Wir haben jetzt noch 325 km Reichweite. Also 35 km verloren bei 32 km gefahren. Das geht ja noch. Preislich sind die Chinesen ja, wie gesagt, sehr, sehr selbstbewusst hier mit dem Auto. Diese Version 400 Pro Plus. Was war das? 47.950 ungefähr. Das ist ja nicht gerade günstig. Und damit ist der Wagen im Prinzip noch 5000 Euro teurer als ein ähnlich ausgestatteter Cupra Born zum Beispiel. Was die Wartung angeht, da muss man sich bei Aura zumindest keine Sorgen machen. Denn die Wartung übernehmen im Prinzip alle Mitsubishi-Händler. Den Wagen habe ich hier auch von einem Mitsubishi-Händler aus Stur. Autohaus Plois. Vielen Dank nochmal, dass ich den Wagen heute fahren darf, den ganzen Tag. Das ist wirklich toll, dass ihr mir den zur Verfügung stellt. Und da findet dann, wie gesagt, eben auch der Service statt. Also da muss man sich zumindest bei diesem chinesischen Hersteller keine Sorgen machen. Aber wo wir gerade von Preisen reden. Ich bin gerade dabei, mir zu Hause was zu überlegen für unseren Ladestrom, für unsere beiden E-Autos, die wir hier haben. Und da bin ich auf Tibber aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob ihr Tibber kennt. Das ist ein skandinavischer Stromanbieter. Also mehr oder weniger ein digitaler Stromanbieter, weil dort läuft alles digital. Und die bieten einen dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Tarif, also irgendwie feste Cent pro Kilowattstunde. Sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und tatsächlich verdient Tibber eigentlich nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr. Die beträgt nämlich 4,49 Euro für euch pro Monat. Und der Strom wird im Prinzip so weiter berechnet, wie die Preise an der europäischen Strombörse sind. Zuzüglich den dort anfallenden Steuern und Gebühren. Und ihr habt mit der Tibber-App sogar Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden die Stromkosten am nächsten Tag sich entwickeln? Und zwar stundengenau. Wie ist da der Verlauf? Sodass ihr im Prinzip die Ladezeit eures Autos auch über die Tibber-App, wo ihr euer E-Auto konfigurieren könnt. Also fast alle Marken sind dort vorhanden und können über die Tibber-App konfiguriert werden. Das heißt, ihr könnt es so einstellen, dass automatisch euer Auto geladen wird, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Das ist ja dann meistens in der Nacht oder am frühen Morgen, wenn euer Auto sowieso steht. Also Tibber und Elektroauto ist im Prinzip das perfekte Match. Weil ihr ladet dann nicht nur günstiger, sondern ihr ladet dann auch grüner. Denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Also das heißt eine Win-Win-Situation. Und falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre doch auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung einen Gutscheincode. Und wenn ihr euch bei Tibber anmeldet als Stromkunde, dann bekommt ihr mit diesem Gutscheincode im Tibber-Store 50 Euro Rabatt. Zum Beispiel für den Kauf von einer intelligenten, smarten Wallbox. Boah, jetzt geht das aber richtig ab hier mit dem Regen. Das ist ja wieder mal eine super Fahrt heute. Ja, und ich bin jetzt 50 Kilometer gefahren und ich würde euch gerne Durchschnittsverbrauch sagen. Das kann ich aber nicht. Ich habe hier auf der Anzeige jetzt diesen komischen Standard-Norm-Verbrauch oder was auch immer das ist. Der wird mir mit 18,2 Kilowattstunden angezeigt. Der steigt jetzt so langsam, weil ich ja doch relativ schnell fahre. Aber so richtig der Durchschnittsverbrauch dieser jetzigen Fahrt ist es ja leider nicht. Den sieht man jetzt nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich noch 78 Prozent habe von 93 und wir haben noch 308 Kilometer Reichweite. Also 50 Kilometer gefahren, bei 360 gestartet. Das kommt echt gut hin. Ja, der Wagen mag wirklich nicht, wenn man ihn sehr schnell fährt. Man kann sogar einstellen, ab wann man denn gewarnt werden möchte, wenn man zu schnell fährt. Also ich rede jetzt nicht hier von 160, sondern da sind so Einstellungen wie 110, 120, 130, 135. Und also ab 135, da wird das Display hier rot, die Geschwindigkeitsanzeige, weil ich ja 135 fahre um Gottes Willen. Das ist dann also schon kritisch für dieses Auto. Naja, zumindest, dass der Fahrer darauf hingewiesen wird, ist schon mal kritisch. So, und gleich sind wir wieder in Bremerhaven. Da kommt dann da hinten die Ausfahrt. Da fahre ich wieder runter und mache die Wende. Ja, jetzt liegen wir bei 18,5 hier laut dieser Anzeige. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, da wären wir also am Wendepunkt. 63 Kilometer zeigt mir hier der Tacho an. Normalerweise sind es so 64 Kilometer, also der zeigt jetzt einen Kilometer weniger an. Wir haben noch 74 Prozent im Akku. 18,3 steht jetzt hier auf der Verbrauchsanzeige, von der ich nicht genau weiß, was sie wirklich bedeutet. Und wir haben noch 292 Kilometer Restreichweite. Ja, passt doch ganz gut. Jo, und jetzt haben wir die Wende gemacht und jetzt geht es wieder zurück. Und 18,3, naja, es hat sehr viel geregnet und wir hatten doch einiges an Wind. Es ist jetzt nicht berauschend, aber es ist jetzt auch nicht kritisch. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu schnell in der Kurve gewesen und da hat doch tatsächlich das ESP eingegriffen. Also gut zu wissen, dass das alles reibungslos funktioniert. Ja, vom Fahren hier macht der AuraCat echt Spaß, muss man wirklich sagen. Einziger Wärmungstropfen ist wirklich so ein bisschen die nicht so gute Dämmung. Also das Geräuschniveau ist hier doch unangenehm laut. Das wünschte ich mir besser. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, optisch sowie fahrtechnisch gibt es echt nichts zu meckern. Einwandfrei. Ja, genau. Jetzt sagte das Navi gerade zu mir bzw. der Computer, seien Sie nicht geistesabwesend, bitte Konzentration beim Fahren. Das war richtig gut. Ich habe nur kurz nach unten geguckt. Seien Sie nicht geistesabwesend. Jawohl. Irgendwie ist es klar, chinesisches Auto, man ist hier in so einem totalitären System, wo man ständig überwacht wird. Man darf sich keine Fehler erlauben. Jetzt geht der Blinker wieder nicht aus. Hallo. Blinker. So. Ja, also wahrscheinlich gibt es auch noch ein Punktekonto. Wenn man zu viele Punkte erreicht hat, dann, keine Ahnung, wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Wollen wir es mal nicht hoffen. So, wir haben jetzt 30% Akku verbraucht. Wir sind bei 63. Und wir haben 90 Kilometer gefahren. Ja, 3 mal 9, 270 und dann haben wir noch 10% Rest. Also nochmal 27. Also knapp die 300 Kilometer möglich hier mit dem Akku. Die 360, wie jetzt anfangs angezeigt, sind es nicht, weil das war ja auch nicht Autobahngeschwindigkeit vermutlich, sondern eher so Stadtverkehr, Landstraße, Mix. Jetzt auf der Autobahn, da zeigt mir die Verbrauchsanzeige hier auch 20,5 an inzwischen. Ist also wieder deutlich hochgegangen. Klar, wir haben immer noch ziemlichen Regen und auch jetzt Gegenwind. Das macht sich bemerkbar. Und ja, 130 ist sowieso nicht seine Lieblingsgeschwindigkeit. Allein auch schon von der Lautstärke hier drin. Leider gibt es hier beim AuraCat übrigens keine Anhängeroption. Zumindest wüsste ich nicht, wo man die konfigurieren sollte. Das heißt, wenn ihr den Wagen habt und dann vielleicht mal einen kleinen Anhänger ziehen wollt, irgendwas wegbringen oder so, ja, hier geht es leider nicht. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann als Update. Aber ich habe mir heute wieder so ein typisches Smooth Electric Rainmaker Wetter ausgesucht. Letzten Tage war es immer wunderbares, trockenes Wetter, sogar sonnig und warm. Und heute, jetzt ist es so nur noch 13 Grad in dem Regen und es schüttet und schüttet. Naja, also völlig vergleichbar der Test damit. Ja, was so ein bisschen ungünstig ist hier, ist die Entfernung der Displays und die etwas kleinen Symbole hier. Und natürlich auch die kleine Schrift für meine Augen. Aber auch wenn man auf dem Display was bedienen möchte, auch am Navi, dann muss man sich nach vorne beugen, weil man sonst eigentlich gar nicht rankommt. Es ist alles zu weit weg und die Symbole sind auch noch sehr klein. Hier an der Seite werden sie auch noch durch das Lenkrad verdeckt oder durch meine Hand, sodass ich sie gar nicht sehen kann, wo welches Symbol ist. Also das ist ergonomisch halt nicht so gut gemacht, finde ich. Irgendwie müssten die Displays näher am Fahrrad sein und auch vielleicht ein bisschen größer. Haben ja auch irgendwie so zwei Zentimeter Rand. Das sieht auch nicht so toll aus. Also da hätten sie denen ein bisschen größere Bilddiagonale spendieren sollen. Aber es ist wirklich so, dass das Wetter jetzt noch schlechter geworden ist auf der Rücktour. Also so richtig Worst Case Szenario heute wieder. So, wir sind jetzt gleich wieder zu Hause. Wir sind 120 Kilometer gefahren. 21,3 jetzt. Wir sind aber auch wieder ein bisschen langsamer unterwegs, weil hier Tempo 120 ist. Und der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Gleich fahren wir also von der Autobahn runter. Noch ein bisschen durch die Stadt und Tempo 30 Zone. Und dann rechnen wir zu Hause ab, was wir auf dem Taro stehen haben. Da bin ich mal gespannt. Ja, wir sind wieder da nach 126,2 Kilometer. Das ist einer der niedrigsten Werte bisher überhaupt bei all meinen Testwagen. Also irgendwie scheint der Aura-Cat ein bisschen anders zu zählen als die anderen Autos. Wir haben auf jeden Fall noch 51 Prozent im Akku. Das heißt, 42 Prozent haben wir verbraucht. Und dieser Verbrauchsstand hier, der hier angezeigt wird, ist 20,3 Kilowattstunden. Das kommt rechnerisch auch ganz gut hin, wenn ich mal mit dieser 59,7 Kilowattstunden nutzbaren Kapazität rechne. Und davon 42 Prozent. Das dann durch 126,2. Dritte Wurzel aus, Logarithmus. Ihr wisst schon, dann kommen ungefähr auch die 20 Kilowattstunden raus. Das heißt, 20,3 Kilowattstunden, was hier angezeigt wird, das ist einigermaßen okay. Zumindest die Anzeige ist okay. Der Verbrauch selber, den finde ich doch ein bisschen hoch, obwohl das Wetter heute nicht so gut war. Also bei dem Auto hätte ich mir erwartet, dass es doch deutlich unter 20 Kilowattstunden liegt. Und damit ergibt sich dann eine Reichweite von knapp 300 Kilometer, die man mit meinem Testzyklus heute erreicht hätte. Und bei diesem Wetter darf man nicht vergessen, wir hatten es dann auch wirklich kühle 13 Grad am Ende. Jetzt, wo der Regen aufgehört hat, ist es wieder ein bisschen wärmer geworden. Jetzt sind es wieder 15. Aber wie gesagt, der Regen, der Regen, der hat natürlich sehr viel ausgemacht. Das darf man nicht vergessen. So, 50 Prozent sind noch im Akku. Das ist natürlich viel zu viel. Ich will ja noch einen Ladetest machen. 67 kW DC soll er bekommen. Das ist wirklich wenig. Mich interessiert natürlich, ob es nicht doch vielleicht ein bisschen mehr geht in der Praxis. Bis dahin muss ich auch noch ein bisschen fahren. Ich will also deutlich unter 20 Prozent kommen. Das heißt, ich gehe nochmal wieder auf die Strecke und gebe nochmal ein bisschen Vollgas. Das heißt, ich gehe nochmal wieder auf die Strecke und gebe nochmal ein bisschen Vollgas. Das heißt, ich gehe nochmal wieder auf die Strecke und gebe nochmal ein bisschen Vollgas. Das heißt, ich gehe nochmal wieder auf die Strecke und gebe nochmal ein bisschen Vollgas. Ja, jetzt laden wir und immerhin bekommen wir 70 kW in der Spitze. Das ist ja zumindest ein bisschen versöhnlich und nicht nur die 67. Also 70 klingt irgendwie deutlich besser als 67. Aber wir werden jetzt trotzdem ein bisschen stehen. Wir sind mit 14 Prozent angekommen und ich möchte mindestens bis 80 Prozent hochladen und mal gucken, ob ich dann noch Bock habe. Mal sehen, wie lange das dauert. Aber ansonsten, der Aura Funky Cat. Also geht im Prinzip ab wie Schmidts Katze. Man guckt mir die Tür nicht ganz zu. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Ist wirklich ein cooles Auto, muss ich mal sagen. Das Design tut natürlich das Übrige, weil der Wagen sieht einfach sehr interessant aus. Ein bisschen retro, hat viele Elemente von diversen Klassikern, sage ich mal. Auch das Logo hier mit dem Ausrufezeichen. Da wollte Great Wall Motors wohl selbiges setzen. Komischerweise erinnert mich das irgendwie an eine Animationsserie mit Superhelden. Wie heißen sie? Incredibles. Genau, die Incredibles. Ich glaube, bei denen stand das auf dem Kopf, wenn ich mich nicht irre. Aber es sah im Prinzip genauso ähnlich aus wie das hier. So ein bisschen comichaft. Ist aber auch wieder so ein sympathischer Fakt hier bei der Aura Funky Cat. Die gesamte Verarbeitung von diesem Wagen, gerade auch was den Innenraum angeht, ist sehr, sehr geschmackvoll. Auch wenn hier doch einiges an Plastik drin ist. Also wahrscheinlich ist es hier alles Plastik, auch wenn es nach Leder aussieht. Aber es sieht verdammt hochwertig aus. Das muss man denen wirklich lassen. Leider hat der Wagen aufgrund seiner doch recht üppigen Performance, wobei 126 kW ist jetzt nicht die Welt, aber durch den Frontantrieb kriegt man das nicht wirklich auf die Straße. Gerade wenn die Straße nass ist, so wie heute. Beim bisschen Gas geben, da drehen die Räder massiv durch. Also das ist richtig unschön. Und das schafft auch jetzt nicht gerade ein Sicherheitsgefühl. Wenn gleich alle anderen Assistenzsysteme super funktionieren. Also ich hatte keine Probleme mit dem Tempomat, keine Probleme mit dem Spurhalterassistent. Spurwechsel, alles klappte hervorragend. Tod Winkelwarner klappte hervorragend. Das Gegängele, was man so von asiatischen Autos so kennt, war auch hier in diesem Wagen. Ständig diese Ermahnung, man möge doch bitte aufmerksam sein. Oder was heißt das hier? Seien Sie nicht geistesabwesend. Also lustige Sprachansagen. Das ist halt irgendwie so, das soll ja sogar EU-Standard werden, dass man so eine Warnung oder so einen Aufmerksamkeitsassistenten quasi als Pflicht in den Autos eingebaut haben muss. Wobei ich nicht finde, dass er ständig einen akustisch mit einer Stimme warnen müsste. Das würde mir irgendwie eine Anzeige reichen. Das kann man hier aber alles sehr gut konfigurieren. In der Software, da kann man sehr viel von dem nervigen Gesabbel des Autos entweder abstellen oder sehr leise bis auf Null-Lautstärke drehen. Und dann ist es hier doch richtig gut auszuhalten. Dumm nur, dass vieles davon jedes Mal sich wieder neu auf Default-Werte setzt, wenn man den Wagen für längere Zeit verlässt und morgens wieder einsteigt. Dann muss man das alles wieder von vorne einstellen. Und das ist natürlich total nervig. Kritikpunkte. Ja, Kritikpunkte gibt es hier einige. Angefangen mit dem Tempomat und Spurhalterassistent, der nur bis 120 kmh geht. Echt schade, weil der Wagen fährt echt super. Man möchte auch gerne mal 130 kmh fahren und dann mit Assistenten. Die machen auch einen super Job. Ich weiß nicht, warum sie ihn bei 120 kmh abschalten. Softwaretechnisch ist es hier ganz okay. Man kann die Software gut benutzen. Sie bedient sich einigermaßen flüssig. Das Navigationssystem ist so lala. Ladeplanung so gut wie nicht vorhanden. Er sagt einem zwar, dass man Ladestops machen muss, aber eine richtige Ladeplanung ist es noch nicht. Ich hoffe mal, das kommt über ein Software-Update. Bedienbarkeit ist für mich auch so mittelmäßig, weil ich komme mit der Hand nicht dran. Ich muss mich nach vorne beugen. Die Icons sind sehr klein. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit oder das Reagieren an sich ist manchmal richtig zäh, weil es einfach meinen Touch nicht annimmt. Das ist ein bisschen komisch. Und wie gesagt, Icons zu klein. Schrift kann ich nicht lesen. Also das müsste irgendwie besser sein. Die Bildschirme müssten ein bisschen größer sein, was ja von diesem Panel hier eigentlich gehen müsste, weil da irgendwie noch zwei Zentimeter Rand drum ist. Müssten sie nur die Bildschirme vergrößern. Dieser Verbrauch hier heute war zwar ein bisschen hoch, aber wir hatten auch wirklich mieses Regenwetter. Und ich habe das ja gerade gemerkt bei meiner Vollgasfahrt, wobei ich nicht ständig Vollgas fahren konnte. Aber ich bin ungefähr noch so 90 Kilometer gefahren und wirklich Vollstoff. Und da lag ich hier bei dieser Anzeige so auf 22,2 im Mittel. Das ist doch eigentlich bei der Geschwindigkeit, die ich gefahren bin, ein ganz guter Wert. Und wie gesagt, ich bin hier mit 14 Prozent angekommen. Also wenn man normal fährt, Tempomat zum Beispiel 120, dann sind die 300 Kilometer auf der Autobahn durchaus drin. Aber der größte Kritikpunkt ist und bleibt natürlich die langsame Ladeleistung, auch wenn es 70 kW sind. Aber man steht hier wirklich ohne Ende, wenn man wieder auf 80 Prozent oder sogar 85 Prozent hochladen möchte. Das geht heute einfach nicht mehr. Dieser Wagen ist einfach nicht nur für die Stadt. Das ist einfach auch ein super Langstreckenauto, weil er fährt wirklich tiptop und verbraucht auch gar nicht mehr so viel. Und diese 300 Kilometer, das ist ja auch ein Wert. Damit möchte man auch gerne mal irgendwo länger unterwegs sein. Und dann diese Ladezeit oder diese Ladegeschwindigkeit am Schnelllader. Das ist heute ein absolutes No-Go mit 60 Kilowattstunden Akku. Da muss die Ladeleistung also auf jeden Fall 100 kW plus X betragen. Alles andere ist einfach Schnee von gestern. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt so vom Aura Funky Cat haltet nach meinem Test. Oder vielleicht kennt ihr den Wagen ja schon oder fahrt ihn selber. Habt ihr da Erfahrung, positiv oder negativ, dann schreibt es mir gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das war mein Test vom Aura Funky Cat heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos, immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.